leute normalerweise hänge ich die knödel dahin und in vier fünf tagen ist der leer dann hängt nur noch das netz da jetzt wunder ich mich schon seit tagen warum der komplette knödel mit netz weg ist oben war noch so ein draht der ist auch mit weg jetzt habe ich meine kamera aufgestellt um mal zu gucken was passiert hier eigentlich das zeige ich euch jetzt mal so hey 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 hey